Gute Uwe! Gute Uli! Herzlich willkommen bei Uwe und Uli zu Hause bei uns, einem wunderschönen kleinen Restaurant im Herzen von Usingen. Ihr macht eine mega tolle Küche, wir haben mega nette Leute im Service, aber wir brauchen mehr, wir brauchen euch. Erzähl was darüber. Genau, wir brauchen Leute, die mit Spaß an der Arbeit uns helfen mittags auch abends einfach zu unterstützen. Unser Mittagsmenü läuft unglaublich gut, unser Mittagstisch, unser Abendessen. Also wir suchen Vollzeitkräfte, bevorzugt auch nur für morgens, also für den Mittagsservice. Es ist keine gastronomische Vorbildung erforderlich. Ja, wir bringen euch alles bei und es kann eigentlich sofort losgehen. Wird auch gut bezahlt und wir freuen uns auf euch. Uwe, ja dann machen wir es. Machen wir es mal so machen. Uli, meldet euch kurz! Uli, meldet euch kurz!